Hallo meine lieben Freunde, ich wollte eigentlich, ja wie gesagt, meinen Kanal schließen, aber es gibt da gerade eine aktuelle Meldung, die mich ziemlich fertig macht. Und zwar, der Notre Dame in Paris steht in Flammen. Ihr seht es vielleicht, dadurch daran, dass ich ein bisschen rot im Gesicht bin, ich habe gerade richtig geheult. Und zwar nicht nur, weil ich gläubiger Christ bin, sondern auch weil dieses Gebäude einfach ein Kulturerbe ist. Versteht ihr, was ich meine? In so einem Fall, es ist kaum in Worte zu fassen. Ich hoffe bloß, dass niemand bei diesem Brand zu Schaden kam oder kommen wird. Ich hoffe auch, dass wenigstens ein paar Kunstgegenstände oder Artefakte gerettet werden konnten und nicht in Flammen zum Opfer fielen. Es ist einfach schrecklich, so ein Gebäude brennen zu sehen. Gute Nacht.